Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Ein neuer Tag, eine neue Aufnahme. Ich rücke mir schnell nochmal die Kopfhörer zurecht. So, dann bin ich mal ganz gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Tatsächlich habe ich einen Verdacht, was sehr komisch wäre, denn wir sind beide Exits auf der gleichen Höhe. Eigentlich müssten wir jetzt auf der anderen Seite von dem Berg rauskommen, also auf der anderen Seite von Konos. Aber mein Verdacht ist, wir kommen jetzt weiter unten raus in der Welt. Und zwar, könnt ihr euch erinnern, wenn wir von Beloveno nach Norden gelaufen sind? Da war dann auf einmal der Weg zu ändern und hieß es, ja, lauf doch quer über die Berge. Ich glaube, das ist da, wo wir jetzt rauskommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Das ist jetzt einfach nur meine Vermutung. So, das ist das Wort hier. Genau, das ist wieder der gleiche Fehler wie immer. Es ist nicht VHSD-Steuerung. Meine Finger gehen standardmäßig auf VHSD. Ich rutsche mal ein Stück nach links. So, mal eben schnell hier der Ausgang. Ha, wenn ich anschauen kann, ja, wie ich mir gedacht habe. Von dieser Seite aus erkennt man einen Schieber, mit dem man das Gatter öffnen kann. Drier öffnet das Tor. Und das ist eben genau der Pass, der wegen Einsturz gefahren, gesperrt ist. Dann gehen wir mal nach Süden. Und dann, nein, wir kommen eigentlich ja quasi daher. Wir gehen ein Stück nach Süden und laufen jetzt einfach über die Berge wieder zurück. Denn, soweit ich weiß, wollten wir gucken, ob wir Kontos etwas entlocken können, wenn wir ihm den Dokumentenplätzen zeigen. Ich hatte erwähnt, dass ich gestern, ich habe übrigens eine Stunde gestern an der Geschichte über die Karten gesessen, bis das endlich alles so funktioniert hat, wie ich wollte. Dass man auch wirklich was sehen konnte. Weil das Kindle ja nur in Schwarz-Weiß, also Graustufen anzeigt. Und die Karte in bunt und sehr dunkel gehalten war. Naja, hat halt dann am Ende auch noch funktioniert. Ein bisschen Gimp-Magie und Vergrößern und dann alles in den PDF-Speicher. Kennt das halt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier liegt doch keiner auf dem Tisch. Gut, okay. Ah, genau. Ich hatte ja auch in die Komplettlösungen geguckt. Das ist das, was ich erzählen wollte. Habe ich ja gesagt, dass ich da reingespickt hatte. Und dass ich da nicht schlau daraus geworden bin. Unter anderem, ich glaube, das hier war der Weg. Das ist der Weg. Äh, okay. I'm lost. Show me the way. Falsch E-Richtung, oder? Ja, es ist tatsächlich direkt hier. Ja, okay. Also einfach direkt nach Osten. Gut. So. Und da habe ich irgendwie was gesehen. Wenn man hier aus diesen Hallen rauskommt, soll man angeblich angesprochen werden. Oh, du musst unbedingt ganz schnell da und dahin kommen. Ihr seid ja schon wieder hier. Hört. Ich bin wirklich ein umgänglicher Mensch. Aber ich habe leider nicht die Zeit, mich um allen möglichen, sich auf der Durchreise befindlichen Fremden zu kümmern. Und ganz besonders dann nicht, wenn ich Ansprachen vorbereite. Nun, um Klartext zu reden. Ich bereite im Moment eine Ansprache vor. Also fasst euch kurz und beschränkt euch auf das Wesentliche. Was für eine Ansprache ist das denn? Achso, das ist das. Ja, das ist tatsächlich... Kannst du mir zu diesem Dokumentenfetzen was sagen? Das ist der Fetzen eines Dokuments. Was soll ich damit? Was wollt ihr damit? Es ist ohne den anderen Teil sowieso nicht zu gebrauchen. Also er hat schon mal auf jeden Fall was dazu zu sagen. Das ist schon mal interessant. Ist sehr unfreundlich. Aber ich muss gestehen, wenn ich genervt bin, bin ich auch nicht der freundlichste Typ. So, dann nehmen wir mal hier den Eimer auf. Wir haben natürlich keine Weite. Dann würde ich mal gucken, was die Leute in Sribalina dazu zu sagen haben. So, ich würde jetzt hier die Nötigkeit nutzen. Ja, die Gelegenheit nutzen. Mal eben rasten. So, dann gehen wir hier wieder hoch. So. Also weiter Richtung Norden. Ah, da kommen wir nicht durch. Ich denke immer ja, die Lücke zwischen denen ist ja genau ein Feld groß. Aber das ist quasi ein halbes Feld links, ein halbes Feld rechts. Ja, weil die Karte ist eindeutig in diese Felder organisiert. Die man jetzt hier so sieht, wie ich mir gerade drüber habe. Warum habe ich jetzt... Warum habe ich jetzt so einen Wustenreiz? So einen Asthma, das hatte ich gestern auch schon. Also ich muss dazu sagen, Covid-Test ist negativ. Also natürlich bin ich da vorsichtig. Von daher, das kann es nicht sein. Ich meine, ich bin Asthmatiker. Ja, normalerweise schlägt man Asthma nur an, wenn ich es für Sport gemacht habe oder so. Also Belastungs-Asthma. Ich weiß nicht, was das ist. So, dann gehen wir mal hier lang. So, was ich nicht gemacht habe bisher und auch nicht vorhabe bisher ist zu den... Ich glaube, Umayokantus hießen sie, kann das sein. Kenged Kamulus, eins von den beiden. Die Feuermagier zu gehen. Die Bösen. Ich glaube zumindest, dass sie als Böse dargestellt wurden. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, ja. Das sind die, die sich abgespalten haben. Hier, das ist, wo Kunak einer von ist. Ja genau, Kenged Kamulus. Ich glaube, die haben da eine Art Außenposten-Ding. Ich habe mit dem zwar schon geredet, aber ich weiß nicht mehr auswendig, ob ich da Optionen hatte. Nein. Eine Gesprächsoption im Sinne von, hey, guck dir mal diese Dokumentenfetzen an. Weil das will ich jetzt ausprobieren. Ob ich mit den Leuten von Srimalina entsprechend reden kann. Das ist jetzt ungeschickt. Muss ich gestehen. Wenn wir jetzt hier... Ich habe die Reihenfolge der Leute unten gestellt. Ja. Das ist nicht gut, denn die Kämpfe hier waren recht gefährlich. Die letzten Male, wo ich gekämpft habe. Von daher sollten die wieder hinten stehen eigentlich. Na ja, gut, okay. Ich muss jetzt das Beste daraus machen. Sonst muss ich neu laden. So, und ich weiß nicht, ob so viel das Gespräch eben irgendwas getriggert hat. Ja, es kann sein, dass das tatsächlich dazu geführt hat, dass jetzt irgendwas freigeschaltet wurde. Naja, bisher wird Drea angegriffen. Das ist ja eher gut. Drea hat ja Lebenspunkte. Das passt doch ganz gut. Und alles noch im grünen Bereich. Sehr schön. Drea braucht zwar ein wenig Heilung, aber das hier auch hier ein bisschen. Jetzt stelle ich es einfach mal um. So 100% schlecht waren die Kampfpositionen ja nicht. Aber so sind unsere Magier doch Stücke besser geschützt. So, dann will ich gleich mal speichern. Einfach zur Sicherheit. So, fortsetzen. Heute übrigens wieder kostenlos die Wäsche getrocknet. Das ist einfach nur toll. Ich bin echt froh, dass wir diese Solaranlage haben. Was natürlich schon eine Derbeanschaffung ist. Also das Ding mit Einbau, das kostet schon einiges. Es gibt zwar irgendwie diverseste Finanzierungsmodelle, aber dennoch, also ich muss sagen, man muss sich das auch leisten können. Kann ich irgendwie von jedem verlangen, dass eine Solaranlage aufs Dach knallt. Außer die Dinger sind staatlich finanziert. Also so naiv einfach zu sagen, jeder sollte, sollte ist was anderes, aber jeder muss Solar auf dem Dach haben. So naiv bin ich mal wieder nicht. Aber jeder sollte die Chance haben, sowas auf dem Dach haben zu können. Ich meine, wenn die Sonne weg ist, dann ist kein Strom, klar. Dann brauchen wir andere Energieformen, ist auch klar. Aber das würde auch unser Netz entlasten, tatsächlich. Und zwar aus dem Grund, dass wir nicht so extrem viel Strom von A nach B transportieren müssen, wenn in A und in B ein bisschen Strom produziert wird. Und wir gerade tagsüber und dann eben auch am Nachmittag noch Strom aus der Batterie beziehen. Wir hätten dann das Problem mit dem Stromtransport eher auf die Schlechtwetter-Tage verschoben. Aber das ist halt gerade so ein Ding. Das heißt, wir müssen auch die Stromproduktion können wir dann runterfahren. Die Zentrale. Das ist trotzdem keine Allheilslösung. Das ist mir auch klar. So, was kann er denn hier Schönes? Er hat seinen magischen Schild noch nicht gedingst. Vielleicht sollte er den magischen Schild auch eher auf ihn hier machen. Kunak und Kunak, du greifst an. Nicht über Bewegen, sondern über Angreifen. Komm. Ah, da fehlt. Ein Treffer war es, aber trotzdem kein. So. Die beiden greifen weiter an. Und er macht den magischen Schild auf sich selbst. Ist leider sehr spät dran. Das heißt, es kann sehr gut sein. Der greift Tom an. Der greift auch Tom an. Das ist schon mal gut. Und der dritte auch. Jawohl. Das heißt, mich meldet. Das kann sich mit dem Schild ein bisschen schützen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der hält und wie viele Punkte der bringt. Ich habe tatsächlich noch nicht die Zaubersprüche nachgelesen. So. Aber. Wir kommen schon noch durch. Einen haben wir schon mal los. Der steht natürlich so mündlich, dass er einen Tom angreifen kann. Was er natürlich jetzt nicht sonderlich schlecht macht. Also davon abgesehen. Dann nehmen wir uns mal die Warnia-Kugel mit. Speichern wieder. Das ist quasi... Das ist eine Quick-Safe-Taste. Gibt es halt nicht. Aber das wäre jetzt in einem anderen Spiel, würde ich einfach Quick-Safe machen. Um zu sagen, hey, ich will wieder laden können. Wenn es gänzlich schief geht. So. Noch mehr von der Sorte. Okay, es ist ein Warnia-Kugel. Aber... So. Das sind doch mal gute Aussichten. So. Die verteilen sich noch ein bisschen. Wir hauen noch ein bisschen drauf. So. Jetzt gilt meine Aufmerksamkeit eigentlich eher den Warnia-Kugel. Wobei... Hier der den Zauberer angreifen kann. So. Da kommen alle noch ran, damit ich auch drauf haben kann. Sehr gut. Der Warnia-Kugel fliegt hin und her. Auch wichtig. So. Und jetzt ist er vorgekommen. Das heißt, jetzt kann ich tatsächlich einmal hier komplett draufhauen. Jetzt schilde ich hier mal und mache hier trotzdem einmal den Schwächeren von beiden, damit ich häufiger den Feuerregen genauso. So. Mal schauen. Ja, wie sie schaden. Also wir sehen jetzt unsere Rüstung. Unsere neuen... Ja gut. Wobei 3 hat keine neue Rüstung bekommen. Aber die scheint trotzdem was zu machen. Und wir haben hier den Kampf beendet. Wir haben nur ein Loot-Item gekriegt, aber das ist nicht so schlimm. So. Gefahr. Ja. So. So. Und gleich noch ein Kampf. Das war genau das, was ich beim letzten Mal, wo wir nach Zibalina gegangen sind, durch die Timelapse machen musste. Die mich so ein bisschen genervt hat. Dass hier so extrem viele Gegner sind. Und dann immer dann, wenn man grinden muss, dann sind sie natürlich alle weg. So. Ja gut, der wird jetzt entweder fliehen oder auch noch dazukommen. Ah, der kommt rüber. Gut. So. Dann wird er einfach hier nochmal drauf geplauert. Und da sind wir. So. Dann haben wir hier ein... Also, was mich wundert, ist, dass es hier tatsächlich kein... Ähm... Moment, hier ist die Kneipe. Da waren wir scheinbar noch nicht drin, weil da ist kein Punkt. Wie ist denn nicht so? Oder wir haben den Punkt nicht aktiviert. Nun geht. Gehen wir erstmal zum Händler. Erstmal was handeln. Hallo. Hallo du. Oh. 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 Das ist interessant. Kuna hat nie ISKI gelernt. Na dir. Na dir habe ich noch gar nicht notiert. Dann gehen wir mal her und gucken uns den Index an. Den habe ich bestimmt schon angeguckt, aber nicht notiert. Ah. Ich sehe auch warum. Weil... Kein Platz ist. Dann können wir mal hier der Helm. Es steht kein... Kein Wert da. Schade. Hm. Ist hier irgendwas ganz billiges, was ich einfach abkaufen kann. Ist leider nicht da. Oder irgendwas, was ich sowieso brauche. Schutz 2. Die Magierin. Ich gucke jetzt mal gerade, ob sie... Eine von den Rüstungen tragen kann. Aber die sind doch zu teuer. Nee. Der Helm ist hier tatsächlich schon besser. Ist hier kein Pistall durch. Ich höre jetzt quasi, kann ich hier irgendwas... Das kann sie nehmen mit einem Schaden von 5. Schaden von 8. Ich glaube, sie kann nur das Messer in den Schwanz nehmen. Das ist schade. Da haben wir das Geld nicht für. Ich kann also nicht gucken, was die... Was die für einen Verkaufsindex hat. Ich könnte jetzt höchstens sagen, ich gucke... Ich gebe mit 375 Gold und gucke dann auf der anderen Seite, was geben die anderen. Aber ich muss ehrlich gestehen, da habe ich jetzt keinen Bock. Ich verkaufe jetzt auf jeden Fall schon mal die. Ich glaube, das ist aber weniger, als wir gekriegt haben können es sein. So, ich knall dir die hier schon mal zu. So. Man muss auch nicht immer alles zu 100% optimieren, würde ich auch mal sagen. Von daher gehe ich jetzt hier und verkaufe den Helm einfach. So. Und dann gucken wir mal hier. Das ist die Rüstung, die Drier schon hat. Okay. Das heißt, ich gucke jetzt tatsächlich bei Drier nochmal auch nach den Waffen. Die Lanze ist wahrscheinlich hier auch das beste Wäffchen. Die beste Waffe, die wir finden können mit einem Schaden von 18. Wahrscheinlich müsste sie eigentlich auch ein bisschen Schutz geben. Oder sowas, weil er ja aus einer höheren Entfernung angreift. Also so technisch hätte ich das jetzt gelöst, indem ich den Ausweichenwert erhöhe. Das war eben eine lustige Animation. Es ist gerade irgendwie was nach links und rechts gewandert. Ich habe auch benutzen gedrückt, statt auf verkaufen. Brauche ich nicht. Das war falsch. Okay, die muss ich also alle... Ich kann ein bisschen was diese Kräuter tun. Nun gut. Sieht so aus. Außer Sira kann nochmal die größeren Schilde nehmen. Nein. Das wurde bestimmt auch nicht. Nein. Das ist halt alles... Sorry, das ist halt alles. Das habe ich nicht im Kopf. Der Säbel hat 10. Da stand eben, glaube ich, auch nur Kriegernamen. Ja, Schaden 8. Da habe ich richtig geguckt. Ich habe noch den Schaden geguckt diesmal. Ja, okay. Nee. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal bleiben. Gucken wir erstmal, dass wir dann drüben für die Menschenwissere Rüstungen kaufen können. So, wir wurden eben auch in die Kneipe geschickt. Gucken wir nochmal. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir da waren. Wahrscheinlich hat er einfach den Wegpunkt nicht gesetzt. So, es ist ja einfach die andere Seite von diesem Gebäude. Gucken wir mal. Nein. Jetzt ist die Wegmockierung gesetzt. So, das wollte ich eben erreichen. Gehen wir mal rein. Ich bin jetzt... Ich weiß es aber absolut nicht. Das ist es, wenn es eine Weile dauert. Ich habe jetzt eine ganze Weile Morrowind gespielt, weil mich das Spiel sehr gezogen hat. Weil ich da neuen Content durch einen Mod gesehen habe. So, wart ihr schon bei Jekrai. Sie ist die Vorsitzende der Magiergilde. Ein Besuch dort lohnt sich bestimmt. Ja, das mag sein. Ich möchte aber hier mit Leuten reden. Zum Beispiel mit jemandem, der sich hinter der Wand versteckt. Wenn ihr mit jemandem sucht, der mit dir reden könnte, dann wende euch an Edir. Er ist hier der Wirt und bekommt so ziemlich alles mit. Edir kennt auch viele Leute in Belovino und Kornos. Jeder ins Rehmele nachkennt Edir. Außerdem ist er ziemlich gesprächig. Er freut sich bestimmt, wenn ihr ihn ansprechen. Ich bin sicher, dass wir das schon gemacht haben. Laufen wir nochmal ein bisschen ziellos durch die Gegend. Mal hier. Ah, ein fliegender Händler. So, ich hab auch schon geguckt. Der fliegende Händler in... Stift. Stift, 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 Stift. Antti hat den Stift vergessen. Passiert. Das sind lauter Pinselmarkers. Mal-Utensilien. Ich hab hier noch einen Kugelschreiber. Schauen, ob der geht. Kugelschreibern hab ich meistens das Glück, dass er nicht geht. So, das ist also dann hier... So, das ist also dann hier... Ich hab hier noch was abgekauft und deswegen ist der... Ist ihm sentimental leer. So, hier ist nichts. Hier ist nichts. Gibt's im Süden noch weiter? Nein. Das heißt, es muss hier irgendwo im Norden... Irgendwo, wenn es durchgeht... Ah ja, genau. Hier vorbei. Wen haben wir denn hier? Wenn ihr euch in der Gegend hier nicht auskennt, will ich euch gerne weiterhelfen. Reist nach Norden, um über Kronos und das Gebirge nach Belovino zu gelangen. Norden. Achso, ja, genau, klar. Nach Norden und dann... Also im Endeffekt geht's dann so nach Osten und weiter südlich. Reist nach Osten, wenn ihr mit den Kringer-Kamoros-Bekanntschaft machen möchtet. Und haltet euch für unserem Heiligtum fern, denn es gibt ein Tabu. Ich bin mir sicher, das habe ich alles schon gelesen, aber ich lese das jetzt nochmal. Wie gesagt, viel Morrowind gespielt in letzter Zeit und damit nicht mehr hier so 100% im Kopf, was wir gemacht haben. Aha. Ich grüße euch. Leider ist meine Stimmung schlecht. Das liegt daran, dass ich Gerüchte über Kontos gehört habe, die mich frustriert haben. Ich weiß aber nicht, ob ich den Informationen glauben darf. Also redet lieber selbst mit Kontos, wenn ihr etwas darüber erfahren möchtet. Er ist der druidische Anführer der Mahinos in Kronos. Ich möchte euch aber nicht die Stimmung verderben. Macht es euch gemütlich. Möchtet ihr die Rationen kaufen? Ähm, nein, danke. Aber, ähm, kannst du mir nochmal was über, äh, Kontos erzählen? Kontos ist der druidische Anführer der Mahinos in Kronos. Ganz undurchsichtiger Charakter. Ich mag ihn nicht. Ja, das ist, äh, ganz meinerseits. Ähm, was sind denn eigentlich diese Mahinos? Das sagt mir überhaupt nichts. Er hat keine Ahnung, was Mahinos sind, redet aber über sie. Ähm, okay, ich rede gerade mit Sira mit ihm. Ich muss einen Charakter wechseln. So. Äh, kannst du, ich will hier jetzt diesen Fetzen zeigen. Sagt jetzt was? Was interessiert mich dieses komische Ding? Nein. Hm, gut, dann halt nicht. Ähm, ich nehme an, dass wir jetzt bei Kontos was ansprechen können. Sind das hier nicht die Früchte, die, äh, die wir in die Mäuler stopfen konnten oder so? Nun gut, das ist wieder Didi, oder? Äh, nein, Erntearbeit ist anstrengend. Hier, hier. So. Sehr schön, dann wäre das, dann wäre das, dann wäre das. Jetzt nehme ich an. Der Exit hat auch kein, äh, Markierung. So, ich mag es ja, wenn wir alle Orte Markierungen haben, weil ich dann eben schneller hinlaufen kann. Keine, keine Wegmarkierung für den Ausgang. Fies. Und da kommt direkt der Kron dir durchgeglitscht. Ja, wir wollen ja mit dir kämpfen. Also, vorher speichern wir noch mal. In der Angesicht, im Angesicht der Gefahr. So. Ja, das ist ein bisschen hin und her gelaufen. So. Jetzt aber. Hallo, Freund. Freunde. Wir können nicht vorrücken, weil hier jemand steht. Gut, dann. Das ist jetzt schwer. Ich will halt nicht, nicht mehr dahin zurück, dass ich ständig alle einfriere. Ähm. Ich gehe jetzt mal her und lasse ihn. Ach so, das geht nur mit, kann ich mit dem Umschalt? Nee, ich muss immer. Das probiere ich bestimmt noch 20 Mal, während wir spielen. Der wird sich, die werden sich halt alle bewegen. Ja. Das hat halt genau null gebracht. Der Warniak ist ungefährlich. Der hätte, eigentlich hätte er Sira, ähm. Ja, jetzt kann ich hier einen Blitzstrahl auf die jagen. Genau. Er hätte eigentlich Sira schützen sollen, oder so. Schon eine magische Mauer. Weil die können schon richtig drauf donnern. Ach so. Der schießt doch mit A. Das hätte ich ändern sollen. Aber das hat schon mal gut was gebracht. So. Du nimmst jetzt wieder deinen Kristalldolch in die Hand. Und vor allem den Schild. Und donnerst hier weiter drauf. Ja, na so. Der sollte ihm helfen. Du kannst weiterhin, wir nehmen mal wieder den schwächeren Angriff. Den Feuer regen. So. So. Drier kriegt alles ab. So. Dann gibt es Zeit für eine Heilung. Die Heilung war hier, oder? Nein. Ich weiß, dass die Heilung hier war. Ach Mann. Ich stehe nicht daneben. So. Einmal für Drier. Und dann will ich mit ihm gucken. Schutz 70% für 70 Stunden. Okay. Antimagie 70. Ich weiß gar nicht, wo die das herhaben. Ach, kann das sein, dass das dieser, dieser, dieser Schutzschild ist? 74% für 74 Stunden. Ich glaube, das geht immer um eins. Das war mal 100% für 100 Stunden. 77. Ja, das ist der Schild. Ich glaube, der Schild ist Schutz und Antimagie für 100 Stunden. Und jede Stunde nimmt er um 1% ab. Hm. Okay, was ich wissen will, ist, wer ist im Fernkampf besser? Das wäre tatsächlich Meltas. Das heißt, Kunak die Fernkampfgeschichte zu geben, bringt mal rein gar nichts. Das heißt, Tom natürlich etwas ungeschützt. Der wird angedöngelt. Das heißt, der darf direkt die Heilung auf Tom wirken. Der natürlich dann auch hier draufhaut. Meine Güte, heute ist das irgendwie, ist da der Wurm drin. So. Ja, das sieht doch recht gut aus. Oh ja, ich hätte die Heilung nicht nochmal machen sollen. Naja, wurscht. Das war jetzt quasi verschwindete Magie. Und jetzt soll er fliehen. Na bitte, wir haben wieder ein Level Up. Level Up ist ja gut. Das heißt ja schließlich, dass wir, na alles, alles will ich nehmen. Ich habe einen Doppelklick gemacht schon. So, jetzt mehr werde ich ihm nicht geben. Jetzt hier noch ein bisschen. Das hat das Problem jetzt hier. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Und wir können hier noch nicht mal ähm, pennen gehen in der, äh, in der Stadt, so wie ich das sehe. Und da kommt direkt hier noch ein Conlier und noch so ein, noch so ein, äh. Ja, guck, dann komm. Dann hauen wir da mal gemeinschaftlich drauf. So. Natürlich muss Sira sich, und wie der hätte ich hier sagen können, mach doch mal, das ist der Schild, der scheint noch zu halten. Dann kann ich den doch eigentlich auch, kann ich den magischen Schild dann auch, da bin ich jetzt mal neugierig, kann ich den auch außerhalb des Kampfes einfach wirken? So, wir haben jetzt den magischen Schild gezaubert. Jetzt möchte ich wissen, ist das das mit dem, ist das das? Jawohl, und es fängt bei 80% mit 80 Stunden an. Okay. Das ist nice. Das hält wirklich mehrere Tage, das Ding. So. Noch sieht's ja nicht so schlecht aus, von daher. So, gut, dann kann jetzt, äh, Meltas kann jetzt auch mal draufhauen. Ja, leider kann Trier, der beste Kämpfer, nicht angreifen. Ja, gut, das ist zu viele Lebenspunkte, jetzt wohl in Gefahr, obwohl er selber in anderen Front steht. So. Ja, jetzt fahren wir mal weiter drauf. Und die greift hier 25 Mal an und trifft einmal, zweimal. Aber sie ist halt auch Magierin, also, ähm, von daher, komm, weißt du was, beweg dich mal. Erstmal lesen, wenn sie sich jetzt hierhin bewegt, kann sich nicht in der gleichen Runde Trier auf ihr Feld bewegen. Deswegen, das bringt halt gar nicht viel. Ja, ich soll einfach mal ein bisschen. So, der macht ja nicht so viel Schaden auf einmal. Ich aber auch nicht. Einmal noch. So, und jetzt muss ich, äh, jetzt war es, glaube ich, schon etwas zu spät. Jetzt muss ich tatsächlich eine Heilung machen, die Lebenspunkte kostet. Und damit haben wir es doch geschafft. Sira, du darfst zur Belohnung das ganze Fleisch tragen. So. Und ich glaube, das ist kein so schlimmes Ding. Aber wir machen trotzdem die Heilung auf Sira. Und wir machen uns mal nicht in die Hose. Wir machen mal einen Blitzstrahl auf diese Reihe. In der Hoffnung, dass die sich jetzt auffüllen wird. Nee, wird sie nicht. Das war ein Schuss ins Leere. Ziemlich wörtlich sogar. So. Dann bringen wir mal auf den rum. So. Angreifen. Die sind halt jetzt nicht sonderlich gefährlich für uns. So. Gut, schauen wir mal. Rasten können wir wahrscheinlich noch nicht. Doch können wir. Aber es wird jetzt dunkel sein. Ja, es ist mit mir nacht. Ist natürlich blöd. Ich glaube aber, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, dann geht die Zeit schneller. Und wir können eben nehmen. Ist das schneller? Ja, das ist die schnellere Variante. Okay. Gut. Passt ja auch dazu. Wir sind auf der Overworld Map. Das heißt, wir sind quasi größere Distanzen, die wir uns bewegen. Interessanterweise ist es halt immer in dieser 2D an sich die Zeit etwas flotter. Ich dachte jetzt nur in Häusern drin. Deswegen wollte ich nochmal gucken. So, ja. Ich will jetzt einfach ein bisschen fatschen. Beziehungsweise ich merke gerade, die Zeit ist dahin geflogen. Es ist tatsächlich Zeit, die Aufnahme zu beenden. Das heißt, ich werde jetzt einfach in der nächsten Aufnahme gewartet haben. Das heißt, ich bleibe hier stehen. Das ist selbe. Und dann machen wir weiter. Und das seht ihr nächste Woche. Also bis dahin. Ciao.